Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum letzten Mittwochstudio in diesem Jahr. Die Gelegenheit möchten wir gerade benutzen und uns recht herzlich bedanken für Ihr Interesse jeweils am Mittwochsabend und natürlich auch für das Vertrauen, das Sie das Jahr durch entgegenbringen. Die meisten von uns haben ja jetzt noch ein paar Freitag und das wäre doch gerade eine Gelegenheit, also quasi als ersten guten Vorsatz, etwas für die Fitness zu tun. Coop offeriert Ihnen Langlauf-Ski von den bekanntesten Qualitätsmarken wie Track, Fischer und Blitzart zu besonders günstigen Preisen. Mit diesen Langlauf-Ski sind Sie von dem Schneeverhältnis völlig unabhängig, weil Sie sie nicht wachsen müssen. Der Blitzart 2000 mit den Quattro-Schuppen erlaubt problemloses Langlaufen bei allen Schneebedingungen. Der original Fischer-Kronen-Schliffbelag hat sich millionenfach bewährt bei Anfängern und auch vorgeschrittenen Langläufern. Und der Track Marathon ist ein lebendiger, laufruhiger Allround-Ski für ambitionierte Langläufer. Also, machen Sie mit, bleiben Sie fit! Brief beantworten, Schreibarbeiten erledigen, das Büroaufräumen, das nimmt man sich zum Jahresend natürlich auch vor. Coop bietet Ihnen jetzt darum Büromaterialien besonders günstig an. Zum Beispiel Briefordler in verschiedenen Farben, Briefkörbeln, die man gut stapeln kann, ein praktisches Vierteilungsbürokombiset und natürlich eine riesige Auswahl an Couvert, Blöcken und anderem Schreibzeuge. Und jetzt schalten wir um in die Studienküche, dort ist nämlich der ganze originelle Vorschlag bereit. Suchen Sie noch eine Idee für eine schöne Vorspeisse, die nicht viel Arbeit gibt? Und hier ist sie. Wir haben tiefgehehlte Crevettes im kalten Wasser eine halbe Stunde aufgetaue. Eine Papaya halbiert, die Kerne rausgenommen und geschält. Wir brauchen auch noch Ananasscheiben dazu, die wir in Stückchen schneiden. Und jetzt wird eine Sauce gemacht aus saurem Halbrahm, Mayonnaise, Curry, Zitronensaft und Salz. Wir mischen die Crevettes und die Früchte sorgfältig darunter. Und dann richten wir sie auf einem schönen Salatblatt an. Vor dem Servieren dekorieren wir noch mit Baumnüssen. Das Rezept von dieser Vorspeisse steht in der Coop-Zeitung. Einen guten. So, das wäre es gewesen für heute. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und hoffentlich dürfen wir Sie auch nächstes Jahr wieder zum Coop Mittwochstudio begrüssen. Achtet Sie jetzt aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis am nächsten Montag gibt es bei Coop zwei Gläser Midi-Gurken statt 3 Franken nur 2,50. Zwei Paar Wienerli statt 2,60 nur 2,10. Suprême de Duc statt 4 Franken nur 3,20. Bärniedelkäse statt 3,75 nur 3 Franken. Und nur am Freitag und am Samstag Brüsseler Chicorée aus Belgien 500 Gramm nur 1,70. Auf Wiedersehen.